Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Liebe Zuschauer, seien Sie herzlich willkommen auch zur heutigen Formatvisite. Liebe Zuschauer und lieben Dank für all Ihre Zuschriften auch in dieser Woche. Und ich habe mich heute mal entschieden für eine E-Mail, die mich von Cordula erreichte. Cordula, Sie schreiben mir, dass Sie seit 2022 an eine ALS erkrankt sind, die A-Melotrophe-Lateralsklerose. Ich habe Ihre Sendung im Schweizer Fernsehen gesehen und am Ende der Sagen, Sie könnten ein Feedback geben. Und so möchte ich Ihnen kurz meine Geschichte schildern. Gern würde ich und so weiter zur Behandlung kommen. Aber seit meiner Diagnose versuche ich zu ergründen, was die Ursache für diese seltsame Krankheit bei mir sein könnte. Und seit Ihrer Sendung bin ich klüger. Danke, das war der Wunsch, dass man, egal wie es im Leben heißt, eine Erkrankung, dass man Dinge für sich auch erkennt, die mit dazu beigetragen haben, dass der Körper in diesen Verzweiflungsakt kommt, diese Krankheit zu entwickeln. Mit dem Darm habe ich schon 40 Jahre meine Probleme. Sie sagten, der Darm ist bei der ALS immer beteiligt. Aber die Ärzte konnten mir nichts sagen. Ich habe Probleme, den Stuhlgang natürlich auch loswerden zu dürfen. Eine ALS heute ist ein multifaktorielles Geschehen. Und wir sind immer so genötigt, zu sagen, da hängt ein Mantel, den ziehe ich mir an und dann ist gut. Da ist eine Krankheit, die braucht Therapie und dann ist gut. So geht es nicht. Krankheit ist ja ein großer Prozess. Das heißt, was ist in mir geschehen, dass mein Körper zu dieser Erkrankung tendierte? Und wir wissen heute einen Teil dessen, aber wir stehen auch erst, glaube ich, am Anfang, diese Krankheit zu verstehen. Sie schreiben weiter, tiefe Trauer begleitet mich, seitdem mein Mann vor 13 Jahren gestorben ist. Das heißt, ich kann eine Trauerphase durchleben und ich muss sie auch durchleben, weil ich nur in dieser Trauer auch den Schmerz bearbeiten kann. Aber wenn ich das 13 Jahre immer noch tue und lebe, dann kann ich in diesem Organismus nicht gesund bleiben dürfen. Ich werde Ihnen das hier erklären. Enttäuschung ist mein Lebensbegleiter, seit ich berufstätig bin. Das hängt auch damit zusammen, dass ich einen Männerberuf habe. Inzwischen ist die Welt eine andere geworden. Aber zum Anfang und immer noch für meine Generation gilt, was wir Frauen tun, ist einfach weniger wichtig. Und daher hat es den zehnten Teil an Wert. Ich war 26 Jahre Professorin für Malerei, habe deutlich mehr Studierende unterrichtet als meine Kollegen und es sind einige sehr erfolgreiche dabei. Man hat mich in der Region, in der ich unterrichtet habe, kaum ausgestellt. Meine Studentinnen und Studenten konnten das sehr oft. Ich habe sie gefördert, unterstützt und ihre Eröffnungsreden gehalten. Jetzt hört sich das an, als hätte ich mich geopfert, aber es hat mir alles auch unglaublich viel Spaß gemacht. Trotzdem fühlte ich mich manchmal, als ob ich nicht mehr lebe, sondern schon als tot gehandelt werde. Wie soll ich nun mit meiner Biografie umgehen? Ich bin 67 Jahre alt. Kann ich denn etwas unternehmen? Ich will mich dieser Krankheit nicht ergeben, zumal ich zwei wunderbare Töchter habe, die sich liebevoll um mich kümmern. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Cordula, dass Sie so aufrichtig geschrieben haben. Und ich bitte Sie, eine andere Haltung zu dem einzunehmen. Was jetzt nicht geschehen wird, das wird nie geschehen. Und was jetzt geschehen darf, das wird geschehen. Das bedeutet, die Krankheit ist nicht etwas, was Sie vereinnahmt. Oder Sie müssen mit der Krankheit in eine Aggression gehen. Sie wollen sich nicht von ihr vereinnahmen lassen. Das ist so ein bisschen das Thema, wie wir es auch bei Tumorerkrankungen ja immer wieder sehen. Nein, nein, Sie haben einen großen Teil Ihres Lebens, Sie haben das so schön formuliert, eigentlich nicht gelebt. Und Menschen, die so etwas erleben, und ich kann aus diesen Zeilen, kann ich ja nur tiefe Trauer beziehungsweise auch Kränkung ersehen. Ganz große Kränkung. Das heißt, Kränkung erlebe ich ja auch nicht nur mit dem Verstand. Ich erlebe Kränkungen auch mit dem Gefühl. Ich bin verbittert, sehr stark verbittert und auch enttäuscht. Enttäuscht vom Leben. Und das alles muss Auswirkungen auf meine sogenannte Neuroplastizität haben. Das heißt, in welcher Kraft, in welcher Gesundheit, in welcher Stabilität, in welcher Anpassungsfähigkeit sich die Nervenzellen auch regenerieren dürfen. In der Hirnforschung ist der Teil unserer Hirnrinde wesentlich verknüpft mit dem limbischen System. Das wissen wir aus den Forschungsergebnissen. Das heißt, ich kann ja vor Erschütterung oder vor Resignation auch langsam innerlich erstarren. Und ich weiß nicht, wie weit eine Gemeinsamkeit, die ich gelebt habe, immer wieder noch mich da getragen hat, immer wieder mich da noch begleitet hat, unterstützt hat, liebevoll immer wieder aufgerichtet hat. Denn ich glaube, diese Lehre, die dann entstanden ist, vor 13 Jahren, hat sie wesentlich in eine noch größere Not auch gebracht. Das eine sind ja Kränkungen, das eine sind Verletzungen, Enttäuschungen, die andere Menschen mit einem tun. Das heißt, man ist letztendlich auch von diesen in einer gewissen Abhängigkeit. Aber es kommt immer dazu, wie gut bin ich seelisch oder körperlich im Moment in der Veranlassung und auch Verfassung diese Verletzungen wahrzunehmen. Wie ist meine aktuelle Stress- und Belastungssituation? Wie ist auch meine eigene Lebenserfahrung? Wer bin ich denn eigentlich, dass ich in so einem Umfeld vielleicht nicht die Courage habe zu klären? Warum gehe ich nicht aus diesem Umfeld, das mich so nicht wie ich bin akzeptiert? Warum überschreibe ich das Ganze auf eine Welt und auf eine Zeit? Diese Erfahrungen haben viele Menschen überhaupt nicht gemacht als Frau. Und diese eigenen Geschichten, auch diese eigenen Traumata, dieses eigene auch, was habe ich lernen dürfen fürs Leben, diese vielleicht auch Entwicklungsdefizite, dass es mir keiner vorgelebt hat, für mich zu stehen, es nicht mit mir tun zu lassen. Den großen, großen Level an Selbstvertrauen, mir zu vertrauen, auch in Bindungen fester zu werden, meine innere Einstellung zu verändern oder auch mich von diesen äußeren Einflüssen nicht so vereinnehmen zu lassen. Das ist ja immer, auf welche Menschen ich auch treffe. Ich will in keinster Weise ihnen Unrecht tun, aber ich will es nur für mich im Moment als Außenstehende reflektieren. Das heißt, es gibt schon Menschen, die auch Narzissten sind, die sehr rücksichtslos, sehr taktlos sind, sehr aggressiv natürlich auch wieder hochsensible Menschen, wie ich glaube, sie sind. Eine Künstlerin mit einer ganz hohen, auch feinen Art, spirituellen Art. Da ist schon das gesprochene, demütigende Wort ein Trauma. Sie würden so etwas niemals mit anderen Menschen tun, aber es ist mit ihnen getan worden. Das heißt, wie verletzend sind diese Jahre gewesen. Und all diese verletzenden auch, sage ich mal, Gegebenheiten, diese Wertschätzung, diese fehlende vielleicht auch Anerkennung und die Liebe, die es zu Hause gab, die ist natürlich in eine Phase des Lebens eingetreten, wo sie sich jetzt haben nicht auffangen können. Wie als wenn man mit so einem Fallschirm springt und man hat jetzt mehr niemand, der einen da trägt, beziehungsweise man macht eine mächtige Bodenlandung. Das heißt, dieses zu viel oder zu wenig, diese fehlende positive Resonanz, wenn die nicht mehr gekommen ist und man dann sich auch so vielleicht mehr als Opfer fühlend, obwohl ich ganz genau verstehe, was sie meinen. Aber das ist natürlich eine Situation, die sich ändern muss. Ich weiß keinen anderen Rat, die muss sich ändern. Weil betrauert man 13 Jahre das, was man liebte oder betrauert man seine Situation? Die Frage muss sich stellen, hat man keinen Lebenssinn, sich neu definieren dürfen, weil man hilflos geworden ist ohne diese Stütze? Das sind alles ganz, ganz wichtige Fragen, dass sie auch mit 67, sie sind ja Gottlob, nicht 76, jetzt aber das Leben noch mal aus einem ganz anderen Blick bewerten muss und versuchen muss, auch mit Hilfe den Sinn des Lebens zu erkennen, den Sinn für sich und damit sich natürlich auch vielleicht wieder den Blick eröffnen für Dinge, der ihnen verschlossen blieb aufgrund ganz vieler Gegebenheiten. Diese wunderbare Liebe ihrer kleinen Familie mit den beiden Töchtern, die vielleicht auch noch eine ganz andere Ebene haben dürfen, weil sie in diesem aktiver werden. Nicht nur Kinder für sie da sind, sondern sie auch für Kinder da sein können, egal womit, ob mit Rat oder Stärke, all den Dingen. Das ist, man muss diese seelische Widerstandskraft sich vielleicht erst aufbauen, die noch gar nicht in irgendeiner Form ausreichend da war und auch ein Stückchen Stolz sich zurückholen für das, was man Großes geleistet hat, was vielleicht bei einigen Personen nicht die Anerkennung fand, aber doch bei unendlich vielen anderen Menschen, so wie sie waren, das, was sie in ihrer Kunst auch dem Menschen gegeben haben und vor allen Dingen diesen Studenten und das Stückchen an Optimismus. Das Leben ist natürlich sehr filigran und wir können das nicht einfach irgendwo die Therapie abholen und sagen, jetzt machen wir das und dann wird es gut. Und die Selbststeuerung, die Selbstregulation, das ist Gottes Handwerk, das ist etwas, was wir nur annähernd als Mediziner langsam begreifen, wie manchmal mit Respekt und Achtung wir dem Leben gegenübertreten müssen und leise wieder eine neue Programmierung in diesem Körper bekommen müssen. Und sie stehen an einem Punkt ihres Lebens, wo sie vielleicht vieles immer wieder noch nach vorne gestritten haben und in ihrer Welt geblieben sind. Aber wenn sie aus dieser Welt nicht rauskommen und wenn sie, sie haben das Wort inneres Sterben genannt, dann muss ich ihnen sagen, der Körper ist leider mitgestorben. Dann wird das Große bedeuten, dass er mit der Wahrnehmung einer schweren jetzt Erkrankung aber den höchsten Schrei ausruft, geachtet, geliebt und versorgt zu werden. Und der erste Punkt, der einem gelingen sollte, ist, dass man sich fürs Leben entscheidet. Und dass es nicht im Sinne eines Menschen ist, der einen geliebt hat, dass man sich so zunehmend durch Trauer vom Leben verabschiedet. Dass man die ganzen Stressoren in seinem Leben, die einen unter Druck und Kummer gesetzt hat, dass man diese Stressoren abbaut, dass man sich Stück für Stück Dinge reinholt. Und wenn es ein Treffen ist mit lieben Menschen, die man begleitet haben, die einem wohlgesonnen sind, die man dadurch regelmäßig zu sich einlädt oder auch in Kontakt tritt. Und es gibt so unglaublich viele Dinge, die man tun kann, heute auch in der Kommunikationsfähigkeit. Aber die ganzen Nerven arbeiten mit den Hormondrüsen zusammen. Die Hormondrüsen mit dem Immunsystem, das Immunsystem mit den Gehirnzentren. Und diese ganze emotionale Wahrnehmung wird entscheidend dafür sein, wie diese Prozesse sich morgen wieder neu strukturieren, weil sie drücken sie runter. Sie rufen diese Kräfte nicht ab, wenn sie den Fokus auf das Leben legen und meinen, es sei ihnen gegenüber nicht gerecht. Und sie müssen aus ihrer Situation, und es ist eine der größten und schwersten Aufgaben, aber glauben Sie mir, ich durfte solchen Menschen begegnen. Und es sind nicht viele, die jetzt wirklich an diesem Punkt des Lebens, sage ich mal, das für sich wahrgenommen und erkannt haben. Wir stehen jetzt mit 67 natürlich nicht in der Mitte des Lebens, aber es ist für einen Wechsel. Und ich sage immer, möge jeder Mensch die Kraft haben, wenigstens die Spur zu wechseln, kann eigentlich das Ganze für Sie jetzt in eine ganz andere Wahrnehmung kommen. Ich sage das bewusst, weil manchmal ist es auch, ich konnte die Krankheit ja nicht heilen, aber es geht mir so gut. Es geht mir viel besser als vorher. Die Krankheit hat mir die Augen geöffnet, so darf ich nicht mit mir umgehen. Und in diesem Wissen, was wir jetzt ungefähr seit zehn Jahren haben, wir nennen das Psychoneuro-Immuno-Endokrinologie, das heißt, diese Organe, die in Wechselbestehung bestehen, Drüsen, Immunsystem, Gehirn, Nervenzellen, diese Entwicklung derer Miteinander realisiert tägliches Überleben. Das heißt, wenn jetzt die Reproduktionsfähigkeit, die immer wieder Neuentstehung zugunsten einer Stresszeit hat, sich runterregulieren müssen, was bleibt in dem Körper anders übrig, dann sind das jetzt Dinge, die sich wieder verbinden müssen. Verbinden in einer Art und Weise, wo Sie sagen, ich weiß um eine Diagnose, aber die interessiert mich überhaupt nicht mehr, sondern sie hat mir geholfen, dass ich versuche, mich in meinem Leben, soweit es in meinen Möglichkeiten besteht, Hilfe anzunehmen, die mir wieder irgendwo das Licht am Himmel zeigen. Und diese, wir nennen das ja PNI, das heißt Psychoneuroimmunologie, stellt eigentlich ein System dieser drei Dinge wieder her. Und sie wissen noch gar nicht, wie sie sich fühlen würden, wenn auf dieser Ebene sie für eine langsame Balance sorgen und wie sie sich fühlen würden. So wie sie, mir kommt das so vor, wie dass man am tropfenden Wasserhahn verdurstet, wenn sie diese vielen kleinen Pflänzchen jetzt wieder mit Liebe, und da fängt es an, mit der Selbstliebe wieder nähren, und jetzt damit auch biochemische Prozesse regenerieren. Das ist ja die große Frage der Epigenetik. Und diese Hypophysen, Hypothalamus neben ihre Stressachse endlich mal ruhen lassen, dann wird er die Programme wieder verändern. Und es ist eine große Erkrankung. Und ich stehe ihr mit einem unglaublichen Respekt gegenüber. Und wir wissen heute überhaupt nicht bis ins Letzte, was alles zusammenkommen muss. Aber eins wissen wir, dieses Leben hat mich krank gemacht, und ich muss heute versuchen, meinem Körper wenigstens eine ganz große Chance zu geben, auch im Erkennen dessen, was er für mich bisher hat leisten können und was er jetzt für mich nicht mehr leisten kann. Sie sagen, Sie haben einiges verstanden und auch durch die Sendung über ALS. Ich habe mich hier auf einen wesentlichen Aspekt konzentriert, weil ich weiß, oder weil wir wissen, dass über allem, was in unserem Körper besteht, einer darüber steht. Und das ist der Geist. Und das ist das, wer wir sind und was uns ausmacht. Und der, wie ich denke und fühle, reguliert meinen Organismus. Und es wird Zeit, dass da eine ganz andere Botschaft ankommt. Für Sie, für Ihre beiden wunderbaren Töchter, für mein malerisches, für mein malerisches Usedom, auf dem ich selber so unendlich gerne immer wieder bin. Und ja, für das, was uns in der Demut und Ehrfurcht, was Leben bedeutet, eigentlich nur, hüpfen Sie von Tag zu Tag und finden Sie, haben Sie Augen in der Zukunft, die alles golden werden lassen und versuchen Sie mal, das hinter sich zu lassen, weil das darf, in diesem neuen Leben darf es keinen Platz haben. Zumindest nicht mit Reue, Wehmut, Kränkung und Schmerz, sondern ich bin da und ich will leben und ich will bei euch sein. Und das zeige ich euch jetzt, weil ich es aus tiefstem Herzen möchte. Und das ist der kleine Schlüssel, den Sie in der Hand halten und geben Sie nur Ihnen in das richtige Schloss. Alles Gute, wünsche ich Ihnen und ganz, ganz viel Gutes und ich freue mich auf die nächste Welt. Gute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020